Mit dem neuen BMW 2. Grand Coupé wird elegante Sportlichkeit im Premium-Kompakt-Segment jetzt noch intensiver erlebbar. Die zweite Modellgeneration des Viertürers kombiniert gesteigerte Präsenz und Dynamik im Exterieur-Design mit einem vollständig erneuerten Antriebsportfolio, umfangreich weiterentwickelter Fahrwerkstechnik sowie innovativen Systemen für teilautomatisiertes Fahren und Parken. Sein progressiver Charakter zeigt sich auch in einem serienmäßig lederfreien Interieur und einem modernen, von digitaler Technologie geprägten Premium-Ambiente. Die jüngste Generation des Bediensystems BMW iDrive mit QuickSelect basiert auf dem BMW Operating System 9 und ermöglicht die Nutzung innovativer digitaler Services wie Videostreaming und In-Car-Gaming. Gefertigt wird das neue BMW 2. Grand Coupé im BMW Groupwerk Leipzig. Die Markteinführung beginnt im März 2025. Gefertigt wird das neue BMW Groupwerk. Die Markteinführung beginnt im März 2020er fueled Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018